hallöchen liebe bücherfreund und herzlich willkommen im wochenende und im juni und ja mit neuen haaren also eigentlich nur mit neuer farbe ja mir war heute mal wieder danach ich gucke die letzten wochen ständig mal so richtung spiegel und denke hast du so viel geduld sie wachsen zu lassen ich möchte ja so einen länglichen bob haben und jetzt musste eine veränderung her da ich sie nicht schneiden lassen wollte weil sie jetzt doch schon relativ lang sind für meine verhältnisse der letzten zwei jahre und so ist es nun ein helles saphir braun geworden und ja ich muss sagen ich gucke noch ein bisschen komisch in den spiegel und denke oh wer ist das aber sie stellt sich mir immer wieder vor und sagt ich bin es also von daher ist alles gut ja der juni ist angebrochen der sommermonat und bei uns ist aber alles andere als sommer bei uns war die letzten tage nur regen ständig gewitter auch teilweise mitten in der nacht und ich hasse gewitter und ja so ist das leben manchmal aber buchtechnisch lief die woche sehr sehr gut ich habe drei bücher abgeschlossen und ein zu zwischendurch gelesen bzw eigentlich gelesen bevor ich mit dem gemeinschaftsprojekt sozusagen lesen gestartet bin und zwar habe ich beendet hydra von laura labers das ist der zweite teil ihrer reihe das läuft ja über eine leserunde auf love the books ich habe den ersten band im mai gelesen und habe im anschluss wo hat sie gefragt möchtest du weiterlesen und da mir der erste teil so gut gefallen hat hat sie mir auch teil zwei zur verfügung gestellt auch drei teil drei wird jetzt bei mir einziehen und ich denke ich werde alle fünf teile jetzt nach und nach weg lesen weil ja ihr hört es an der zweite teil war auf jeden fall auch mega mega gut dann habe ich gelesen die katze und da muss ich direkt noch mal gucken wie der autor hieß und zwar von david michi oder michi michi wie auch immer ja die katze des dalai lama bin ich darauf aufmerksam geworden ja war jetzt der dritte teil dieser reihe sozusagen erscheint es ist aber eine reihe wo man die bücher eigentlich unabhängig voneinander lesen kann und ja ich bin ja ein katzen fällen und buddhistisch interessiert veranlagt und da hat das im grunde eigentlich ganz ganz gut gepasst erfahrt ihr dann auf jeden fall auch mehr dann habe ich ja mein gemeinschafts leseprojekt war in dieser woche abbitte von ewan mc nein ian mc ewan meine gede hätte sich auch irgendwie im pseudonym suchen können ein buch von dem ja die liebe will ja und die liebe party unglaublich geschwärmt haben und wirklich ist ja für sie sehr kern erschütternd war ich habe das zusammen mit andy von büchersüchtig gelesen ihr findet natürlich alle infos wann welches buch startet und alle kanäle in der infobox und das haben wir uns diese woche in leseabschnitte eingeteilt und haben es jetzt gestern sogar vorzeitig beendet weil wir dann heute bzw morgen mit einem anderen buch weitermachen wollen und ja da muss das fertig werden und so haben wir es dann gestern beendet und bevor ich mit dem gemeinschaftsprojekt sozusagen angefangen habe habe ich in das lied von eis und feuer gelesen ich glaube bis montag oder dienstag habe ich knapp die hälfte geschafft ja a feast for crows entspricht ja dem buch 7 und 8 ja ich glaube richtig und ja dazu gleich mehr es ist glaube ich mit eigentlich der dünnste der hat glaube ich nicht mal oder gerade zu 900 seiten wenn ich mich nicht irre 970 seiten also fast 1000 seiten der dritte war ja wirklich am dicksten ja und ich denke da wir ja im grunde mehr oder weniger dreieinhalb bücher zu besprechen haben fangen wir einfach mal an wie gesagt ihr findet wenn euch irgendeine rätsel besonders interessiert natürlich die anfangszeit des videos in der infobox auch zu den büchern alle infos und ja legen wir mal los mit hydra von laura labers ist erschienen anfang des letzten jahres hat 341 seiten und er gehört in die reihe der unwandelbaren und der titel zumindest beim zweiten teil der hat der hauptstreifen sozusagen der reihe lässt so manches jetzt im grunde erahnen ja hydra wie ihr seht wieder ein cover das mir wieder gut gut gefällt mir hat ja schon fahrhaus unglaublich gut gefallen und ich kann natürlich schlecht jetzt so auf den zweiten teil eingehen deswegen so grob war um was geht es in dieser unwandelbar rein ja wir haben reina ein junges mädchen die bei ihren großeltern lebt die hat einen besten freund glenn eine liebste freundin felicity und sie selbst hat irgendwie ja die gabe obwohl sie das anfangs noch nicht so sieht sich in andere tiere zu verwandeln also sie kann im grunde den körper übernehmen und sich mit der seele des tieres verbinden und kann dann eben als katze durch die gegend laufen oder was auch immer und ja sie ist in der schule so minder gut würde ich sagen und eines tages taucht bei felicity eine gemeinschaft auf und die sagen dass eben felicity eine hydra wäre also wo wir jetzt auch den titel sozusagen des zweiten buches her bekommen und hydra sind eben etwas höher angesehene wesen in diese gemeinschaft fahrhaus sind eben genau diese menschen die in tiere beziehungsweise ein tier dass sie einmal zum totem ernannt haben ein steigen können und dann immer wieder wenn ein tier diese art in der nähe oder eben auch umso mehr man etwas gelernt hat in der ferne und eine hydra kann im grunde gestalt wandler finden und gestaltwandler es sind tote fahrers die aber eben einfach nicht sterben können dann sozusagen also die fahrers können durchaus sterben aber wenn eben jemand das umwandelt in etwas negatives und dann ja entfernt sich eben die seele vom körper und die gemeinschaft möchte aber dass die seele intakt bleibt und tötet eben gestaltwandler von denen man eben teil 1 und auch in teil 2 davon ausgeht dass es eben eher so die bösen in der großen geschichte sind so ganz glaube ich das nicht aber wir gucken mal was die nächsten bände zu bieten haben es ist aber nicht alles dass wir uns nur um gestaltwandler fahrers hydra und sonstiges beschäftigen sondern es geht hier eben auch darum dass in dieser stadt morde passieren dass die alle irgendwie ein bisschen was scheinbar mit rainer zu tun haben und dann auch mit ihren eltern und es ist also manches geheimnis um die familie von rainer ihre großeltern ihre eltern ihre mutter die im ausland geht irgendwie sich handelt es scheint auch irgendwas mit ihrem besten freund zu tun zu haben und alles passiert eben als diese neue gemeinschaft in ihr leben durch felicity tritt und zwar sehr spannend im ersten teil der erste teil hat mir unglaublich gut gefallen ich mochte die thematik ich mochte die idee dieser gestaltwandler weil ich fand es war einfach mal wieder was anderes man kennt diesen üblichen gestaltwandler ich fand sehr schön dass es so tierbezogen war und mochte auch einfach die gedanken um diese geschichte herum ich mochte den schreibstil der in dieser ich form war so dass wir eben immer gedanken und auch die zugänge eben zu den gefühlen von rainer hatten das macht mir immer sehr viel spaß beim lesen und das war im grunde in dieser reihe wirklich toll laura labers schreibt wunderbar lebendig und ja auch irgendwie lebhaft und sehr kurz und knackig und sehr schnelllebig fast schafft es aber tatsächlich immer in den richtigen momenten auch ein bisschen ausführlicher zu werden ohne dass es langatmig wird langweilig wird sondern man bleibt immer dran man liest immer weiter und denkt sich ein kapitel geht noch ein kapitel geht doch finde ich mega was mir im ersten teil nicht so gut gefallen hat war rainer ich konnte mit ihrem charakter nicht so viel anfangen wenn ich ehrlich bin sie war mir ach ja zu zu naiv zu dumm zu sie ständig in irgendwelche situationen gepoltert wo ich dachte auch hätte einfach mal einen moment drüber nachgedacht sie hat sich so absichtlich in gefahr gebracht klar sie ist eine jugendliche das macht man vielleicht so wobei ich glaube sie war tatsächlich schon 17 oder 18 oder ist das auch im zweiten teil und das hat mich im ersten unglaublich gestört also dass sie mit vollem bewusstsein in gefahr und ärger gelaufen ist obwohl ihr drei leute vorher gesagt haben sie soll es nicht machen und sie sich ja noch rat holt was soll ich tun drei leute sagen nein und sie tut trotzdem und das fand ich das mochte ich an ihr nicht so also auch einfach weil mein charakter nicht so tickt konnte ich mich da ganz nicht so in rainer hinein fühlen und hatte einfach gehofft dass sich rainer entwickelt und das ist tatsächlich jetzt im zweiten buch hydra passiert was mir eben jetzt am zweiten teil besser gefallen hat also es geht direkt nahtlos weiter die erste geschichte und die zweite da ist keine woche dazwischen sozusagen an den geschehnissen und ich persönlich fand wirklich man spürt dass da schon eine veränderung von rainer zustatten geht und die war sehr sehr positiv also ich habe rainer viel öfter verstanden ihre handlungen waren nachvollziehbarer sie war erwachsener und sie war auch ein bisschen vernünftiger wenn sie auch manchmal abenteuer lustig war was ich aber finde das einfach dazu gehört also dass sie eben auch so ein bisschen die vor und nachteile dieser gemeinschaft sieht dass sie eben nicht alles so schwarz weiß sieht sondern eben auch einfach denkt es kann nicht nur gut und böse geben es gibt da unterschiede und diese denkweise mochte ich im zweiten tag unglaublich gerne es war unglaublich spannend diese handlungsstrange es gab wendungen mit denen ich nicht gerechnet habe es gab traurige momente es gab lustige momente es war wirklich viel viel dabei und für eine urban fantasy geschichte finde ich die wirklich unglaublich gelungen und ich freue mich einfach dass ich die reihe von laura labers entdeckt habe und dass ich die auch in dieser leserunde eben lesen kann dass man sich da mit den anderen leuten auch einfach austauschen kann man hat ja lafly books diese verschiedenen leseabschnitte und kann da seine gedanken eintragen kann auch auf die gedanken anderer sozusagen antworten bzw bekommt dann eben auch wenn man meine frage irgendwie stellt eine antwort direkt von der autorin finde ich ganz ganz toll macht unglaublichen spaß also gerade dieses zusammen lesen ja finde ich nach wie vor wirklich etwas ganz ganz tolles und so auch mit hydra und ich fand auch das ende ende tatsächlich mit dem ganz gemeinten cliffhanger das heißt der dritte teil wird jetzt hier nicht auf jeden fall gelesen und mir hat spaß gemacht also mich hat es wirklich begeistert und mich hat es gefreut dass ich weiter gelesen habe und dass ich mich von rena aus dem ersten teil nicht habe so abschrecken lassen sondern wo ich gedacht habe guckst du dir auch mal noch das zweite buch an und ich glaube dass uns da ganz viel noch erwartet und ich bin mega gespannt wie es weitergeht ja im grunde dann schon parallel also das waren jetzt sozusagen das beendete buch parallel habe ich natürlich ab bitte gelesen aber ich denke wir machen uns erstmal noch mit dem nächsten buch weiter dass ich vorgestern und gestern da noch gelesen habe und ja es ist ein bisschen durcheinander heute habe ich den eindruck aber wir machen einfach erst mal die ebooks ich glaube dass es liegt an der haarfarbe vermutlich jetzt dieses pseudointelligent nach was ja immer bei gefärbten prüneten ist wobei das ja um es kurz einzuwenden erst noch meiner naturhaarfarbe also anspricht nach ich bin ja von natur eigentlich braun von daher glaube ich passt jetzt eben auch wieder so zu allem anderen ganz gut aber ja blondes sein ist einfach immer ganz viel arbeit man glaubt es gar nicht aber wenn man nicht blond von natur aus ist hat man einfach ein problem ja von den haaren zur katze das salai lama von david mitschi ist 2014 erschienen im lotus verlag wurde mir auch von diesen zur verfügung gestellt hat 272 seiten kostet als gebundene ausgabe 17 euro als ebook 14 und ich habe es auch als ebook gelesen und ich bin darauf aufmerksam genommen geworden weil ich bei meinen neuerscheinungen entdeckt habe dass es ja eben den dritten teil dieser reihe gibt und dann eben eine liebe kommentarin geschrieben hat ja du wirst dieses buch lieben und man kann alle drei bücher im grunde auch getrennt voneinander lesen die bauen aber natürlich aufeinander auf und mir den tipp gegeben hat wenn du die möglichkeit hast beginne mit teil 1 und das habe ich in diesem sinne getan hat mich echt gefreut dass mir der verlag das doch recht alte buch noch zur verfügung gestellt hat und ich es im grunde direkt gelesen habe und ich habe es eigentlich in zwei rutschen sozusagen weggelesen es war unglaublich ja wie der titel schon verrät die katze das salai lama wir sind in neu delhi und treffen da auf einen haufen kleiner baby katzen die von bösen jungen sozusagen der mutter entrissen wurden und diese jetzt in der straße verkauft werden von diesen zwei jungs und ja unsere kleine katze die wir eben jetzt dann hier verfolgen ist ein bisschen das schwächste und sie ist sehr hungrig und ist noch nicht ganz so auf dem damm und es handelt sich bei dieser katze um die rasse himalaya katze das müsst ihr mal googeln das sind wirklich wunderschöne katzen und dass ihr einfach auch ein bild vielleicht für die katze habt wenn ihr dann das buch lest wobei im titel glaube ich ich weiß gar nicht wie das cover aussieht das habe ich ja nicht weil ich ein ebook habe deswegen ja ich habe dann gegoogelt und fand die wirklich wunderschön und ja die jungs können im grunde alle katzen gewinn bringen sozusagen verkaufen bis auf unsere katze nicht und die fällt dann auch irgendwie mal runter mitten in der pfütze und humpelt dann und sie nehmen sie dann in die zeitung packen sie ein und wollen sie eigentlich in den müll werfen und zufälligerweise wobei es im buddhismus keinen zufall gibt also in schicksalshafter weise er kommt gerade der dalai lama von einer reise aus den usa sieht das und schickt einen seiner bediensteten los dieses zeitungskneul ins auto zu bringen und den jungs zwei dollar zu geben und so passiert es dass unser kleines kätzchen eben beim dalai lama landet und dort aufgepäppelt wird gefüttert wird gepflegt wird geimpft wird und dort im kloster vom dalai lama lebt und uns natürlich allerhand erzählen kann was in diesem kloster so passiert welche dialoge sie mit dem dalai lama hält und was ihr im grunde einfach so im leben passiert und es ist unglaublich lustig es ist wirklich aus der sicht der katze und die katze spricht uns auch an mit hallo lieber leser und es ist total lustig und zieht dann eben vergleiche zwischen menschen und katzen und jeder katzenbesitzer kann da immer nur nicken dass wir wirklich glauben dass unsere katzen so denken ja ich gucke da gerade eine von der seite und die wird jetzt schon verstehen dass ich gerade über katzen herziehe ja ich so guckt sie mich auch an wie wenn sie denkt was willst du eigentlich von mir na so ist es sind ja meine süße und ja und das ist total lustig es ist aber keine lustige geschichte im sinne von komödie oder humorvoll sondern es ist einfach so ein ganz warmes und liebes und schmunzelndes gefühl was es in einen auslöst und es hat einfach unglaublichen spaß gemacht diese reise der katze sozusagen zu erleben wie sie eben wächst wer ihr gutes tut dass sie halt als die schönheit schon benannt wird sie wird dann zum beispiel auch genannt rinpoche das nennt sich kostbarkeit und eigentlich wird sie immer bei ihren initialen gerufen ksh katze seiner heiligkeit ich finde das so lustig und die katze bildet sich wirklich ganz viel auf sich ein denn sie ist ja die katze das dalai lama und das macht einfach spaß das ist aber alles nicht nur lustig und so wir verfolgen nicht nur das katzenleben sondern sie ist eben auch bei audienzen dabei wenn promis oder andere menschen eben zum dalai lama kommen bzw er sich auch mit seinen assistenten oder sowas unterhält oder wenn der dalai lama ihr ein bisschen eben so aus seiner biografie erzählt aus seinen briefen die er schreibt aus seinen aktionen die er sozusagen eben für die welt tut von seinen reisen erzählt und das alles ist also es ist tatsächlich so dass diese menschen da drin im grunde beim dalai lama waren und auch seine geschichte steckt da drin aber es ist natürlich die dialoge hat natürlich keiner aufgenommen also es ist natürlich keine echte biografie oder tatsachenbericht sondern es ist natürlich einfach nur was sich der autor denkt was ein dalai lama seiner katze eben über diese dinge erzählen würde und das ist ganz ganz toll es ist eben ganz viel buddhistische weisheit in dieses in diesem buch und man bekommt ganz viel denkanstöße neue gedankengänge und es sind so wunderbare vergleiche wie man eben die lehren des butter im grunde auch in sein normales leben hineinbringt und das ist eben es ist eben kein wir wollen dich bekehren wir wollen dass du uns alles glaubst wie es bei anderen religionen ist sondern butter hat ja gesagt du wärst ja naiv wenn du mir alles glauben würdest du musst es erleben und das ist eben genau der unterschied der mir am buddhismus persönlich so gut gefällt ohne jetzt irgendwie religiös werden zu wollen oder aber das ist genau das was dieses buch auch rüber bringt so viel wärme und gelassenheit und ruhe und das ist immer das was mich im grunde immer schon an diese religion wenn man sie so nennen will im grunde auch herangebracht hat dass sie eben nicht so kriegerisch und 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 ja kraftvoll und kampflustig ist wie alle anderen religionen die ja im grunde viel mehr blut an den händen kleben haben als wir uns das wahrscheinlich alle vorstellen können weil jede religion hat schon mal irgendwo einen krieg geführt nicht nur ein und das passiert ja auch ganz aktuell wenn wir bedenken was in unserer welt los ist und das finde ich hier aber eben einfach so schön an diesen buddhismus und wir auch hier durch die katze rübergebracht und katzen sind ja ich glaube von natur aus einfach buddhisten weil sie ruhig sind gelassen sind und einfach wissen die welt funktioniert und wir wissen es glaube ich tatsächlich nicht ja also ich bin absolut begeistert ist mein monatshighlight jetzt schon und ich freue mich auf den zweiten tag ich freue mich auf den dritten tag und ich werde direkt denke ich jetzt demnächst dann weiterlesen und ja mal den verlag anfragen ob ich vielleicht auch teil zwei gleich lesen ja das bietet sich natürlich einfach an weiterzumachen wenn dann auch der dritte ende des monats erscheint was ich echt schön finde ich habe mir so ein paar weisheiten herausgeschrieben und ich werde jetzt einfach mal eine hier loslassen um euch sozusagen ein bisschen ein gefühl zu geben was es in diesem buch so so ja was ist bei mir so ein bisschen ausgelassen haben ja seine heiligkeit nickte die meisten menschen glauben dass eine veränderung ihrer lebensumstände die einzige lösung ihrer probleme darstellt obwohl diese gar nicht der wahre grund ihre unzufriedenheit sind es geht vielmehr darum seine lebensumstände in einem anderen licht zu sehen und ich glaube da können jetzt viele nicken also mir ging es auf jeden fall so und dann fand ich schön schuldgefühle sind nutzlos es hat keinen zweck sich wegen etwas schlecht zu fühlen das in der vergangenheit liegt und sich nicht mehr ändern lässt bedauern dagegen schadet nicht und ja also ich fand es ganz ganz toll ich fand es ein tolles buch ich mochte die perspektive aus der katze und es hat sich wie gesagt wirklich ratzfatz weg lesen lassen weil man einfach so viel spaß beim lesen hatte und es eben was fürs herz war was für den kopf war und mir wieder ganz viele denganstöße gegeben hat die mir unglaublich gut einfach tun und ja ja ich kann nicht mehr sagen ich fand es wirklich großartig und mir hat es unglaublich gut gefallen und schwupps da waren die 20 minuten schon fast wieder rum und danach mache ich jetzt mal schnell eine pause bevor ich mitten im buch unterbrechen muss ja weiter geht es mit dem dritten buch das gestern abend beendet wurde abbitte von ian mc ewan knoten und wie ihr seht ganz viele markierungen ja das buch wurde mir wärmstens empfohlen von party und von will ja die beide ja im grunde von lebensveränderter lektüre gesprochen haben und gerade will ja gesagt hat danach liest du kein jugendbuch mehr weil das eben ein ganz besonderer klassiker ist das buch ist noch gar nicht so alt ich glaube etwas über zehn jahre wird aber schon als klassiker gehandelt und ist im diogenes verlag erschienen kostet ich weiß habe jetzt glaube ich den preis gar nicht aufgeschrieben nein ich habe mir den preis nicht aufgeschrieben oder doch doch als taschenbuch für 13 euro als ebook würde es 9,99 kosten und ich habe es bei rebuy ich glaube sehr sehr günstig damals als gebrauchtes buch gekauft und auch der liebe andi von büchersüchtig hat dieses buch in seinen neuzugängen glaube ich vorgestellt und da sind wir darauf gekommen wir könnten das ja zusammen lesen und das haben wir die woche getan wir haben uns das buch in paar leseabschnitte eingeteilt und sind dann versunken in dieser geschichte und ich möchte diese geschichte dieses buch tatsächlich in zwei teile dann aufteilen wenn ich mein fazit sozusagen darüber gebe aber um was geht es im groben in diesem buch ja wir sind im london der 30er jahre wir sind bei einer familie an einem sehr sehr heißen bzw dem heißensten tag des jahres und allerhand passiert in dieser familie wir haben regioni ein 13 jähriges mädchen das schon geschichten schreibt das gerne ein theaterstück aufführen würde mit ihrer familie und die ganz eigene manchmal sehr merkwürdige gedanken haben wir haben ihre schwester secia die glaube ich also schon auf der nächsten schule ist im college und ja eigentlich zurückkehrt gar keinen drang mehr hat eigentlich so ein familienmensch zu sein sondern die sich eigentlich so ein bisschen nach der ferne rührt wir haben einen vater der ständig abwesend ist der ständig auf arbeit ist wir haben eine mutter auch von der erfahren wir so einiges die emily die unter starker migräne leidet uns auch wunderbar schreibt wie sie also erzählt wie das empfunden wurde in den 30er jahren die irgendwie nicht alles so unter kontrolle hat gleichzeitig hat sie eine schwester die entscheidung lebt was ja damals wirklich ganz ganz schlimm war und somit leben jetzt bei prioni und ihrer familie nicht nur die eigentliche familie sondern auch die beiden cousins das sind zwillinge und die cousine lola und es wird ein interessantes abendessen geben wo auch der bruder von prioni und sisi auftaucht der auch seinen guten freund robbie irgendwie eingeladen hat und zwischen robbie und sisi ja da könnte irgendetwas laufen wir leben im ersten teil der geschichte diesen heißesten sommertag der in einem drama endet und dann sind wir viele viele jahre weiter und stecken mitten im zweiten weltkrieg um dann eben auch kriegseindrücke sozusagen zu bekommen und dann kommt sozusagen das finale und die geschichte erzählt eben von diesem abend der für alle beteiligten ein unglaubliches ausmaß an veränderung und an schicksalen hat und das leben aller verändert und man dann eben erfährt warum und weshalb und wie das alles gekommen ist und wie es das leben verändert hat und dass es eben manchmal keine abbitte gibt ja ein buch ja es hat großartig angefangen der erste teil des buches ist in drei teile unterteilt der erste teil des buches hat ich sage jetzt einfach mal uns unglaublich gut gefallen wir haben direkt sogar noch kapitel herrn dann hinangehangen um weiterzulesen weil wir dieses gefühl dieses heißesten tages in london unglaublich toll fanden ich mochte wie erzählt wurde ich fand es war so ein weiches erzählen man hatte nicht den eindruck dass das ein mann wahrnimmt sondern ich hatte im ersten hat den eindruck das schreibt eine frau ich fand das also wenn das klingt vielleicht so klischeehaft aber es war so ganz warm ganz weiblich eben aus bionis sicht und das hat der autor unglaublich gut gemacht er hat wunderbare weisheiten und tatsachen in wunderschöne worte gepackt und man hatte tatsächlich teilweise das gefühl man sitzt an diesem heißen tag mit der familie auf der terrasse am brunnen am pool wo auch immer im garten man läuft mit prioni durch die wiesen es war wunder wunder wunderschön ich fand das toll und das ist auch tatsächlich wenn man so glaube ich hier reinguckt der erste teil des buches hat ganz ganz viele markierungen erhalten mit mit redewendungen beschreibungen die ich wunder wunderschön fand also das hat mir unglaublich viel gegeben es war es war toll es war für mich wirklich ein wunder wunderschöner anfang und ich mochte den einstieg und ich fand es toll auch prioni die so ganz merkwürdig wirkte mit ihren 13 jahren so neunmal klug und man wusste nicht wo wird es hingehen und was ich ganz toll fand war die beschreibung der mutter die unter migräne litt für das es damals eben keinen namen gab und wie sie das beschrieben hat ich das waren so beschreibungen die sind ein tief unter die haut gegangen und also ganz ganz toll fand ich mega toll dann kam der zweite teil dieser kriegerische teil also es handelte dann im zweiten weltkrieg und da muss ich ehrlich sagen war ich raus ich bin kein mensch der gerne bücher über den zweiten oder auch ersten weltkriege über kriege vielleicht grundsätzlich liest also über echte kriege weil ich da mich in meiner jugend einfach unglaublich damit beschäftigt habe und ich da vielleicht ich das vielleicht einfach über habe auch muss ich ehrlich sagen hat mir im nachgang nicht ganz eingeläutet für was dieser teil gut gewesen sein sollte also wir erleben robbie im krieg dann noch brioni die da als schwester eben arbeitet und ich weiß nicht ob man einfach das kriegerische einfangen wollte um es irgendwie wertvoller intelligenter oder keine ahnung zu machen mir hat sich der sinn dieses kriegsabschnitt nicht ganz eingeleuchtet sozusagen hat mich nicht ganz gefesselt also ich es war in ordnung geschrieben gar keine frage ian mcguyen hat schon die die kunst einen eine geschichte rüber zu bringen nahe zu bringen gefühle in ein auszulösen und krieg ist aber bei mir einfach das ist so kein gutes gefühl also es sollte es auch nicht sein aber ja fand ich nicht mehr so toll es hat sich dann tatsächlich auch für uns beide gleichermaßen gezogen wir haben uns ja dann immer nach den leseabschnitten ausgetauscht und da waren wir beide nicht sehr begeistert davon und das fand ich schade und dann hatten wir schon angst oh jetzt haben wir ja noch so viel in diesem buch wir müssen jetzt weiterlesen und wir haben uns da auch dann denke ich einfach gegenseitig ein bisschen motiviert und der dritte teil geht dann im grunde wir beobachten wieder jemanden die wir schon aus den ersten teil kennen ich möchte jetzt keinen spoilern um da irgendwas zu erzählen und der war dann wiederum viel viel schöner für mich also der war ist dem ersten wieder ein bisschen näher rangekommen den ersten teil der hat mich wieder berührt er hat mich wieder mitgenommen er hat so viele lösungen gegeben und er hat ein einfach gezeigt wie das leben ist und das eben man nichts mehr rückgängig machen kann in seinem echten leben und das ist aber eben ein autor bzw eine autorin eben kann das sieht ja der gott ihrer geschichte ist und das eben zehnmal so verändern kann wie sie das möchte und es hat leider im wahren leben keine absolution gibt und eben keine abbitte gibt und dass es eben einfach so ist wie es ist und was geschrieben ist ist eben schon erlebt und die tinte ist trocken wie jemand anders schon mal gesagt hat ein weißer mann sagte dass man ja alles in allem ein buch dass ich froh bin dass ich es gelesen habe dass mir schon gerade wirklich der anfang unglaublich viel gegeben hat es war auch sehr was fürs hirn das muss man echt sagen es war kein jugendbuch obwohl ich das nicht negativ reden möchte weil ich auch gerne jugendbücher rede aber man spürt schon hier dass da graue zellen einfach aufwachen und ich darf auch mal wieder denken das gefühl hatte ich einige mal also wir haben auch die ein oder anderen wörter gegoogelt beziehungsweise mal im duden geguckt ja was ist es denn war sehr lustig und ja also das kommt ja tatsächlich eher selten vor in in jugendbüchern und das hat natürlich spaß gemacht und es war ein lesegenuss wenn er eben auch mit abstrichen war und das war es leider nicht das buch was ich aus der schwärmerei von paddy und will ja erwartet habe so lebensverändernd also es hat mich nicht im kern erschüttert vielleicht einfach wegen diesem kriegsteil der mich einfach nicht so packen fesseln und lebensverändern kann weil das eben schon mal in meiner vergangenheit passiert ist also mich haben kriegsgeschichten schon mal sehr zum umdenken gebracht und zum anders sehen gebracht und schon mal im kern erschüttert das kann man halt schlecht dann wiederholen also ja dennoch ein unglaublich gutes buch es ist wirklich wahrscheinlich jammern auf hohem niveau und wer sich nicht vor der thematik zweiter weltkrieg fürchtet wird damit seinen spaß haben und eben auch spüren dass man eben mit ganz tollen worten und setzen und redewendungen einfach eine tolle geschichte schreiben kann und ja das fand ich wirklich mega mega toll ich weiß jetzt gar nicht ob ich da groß irgendwas picken kann ohne vielleicht zu viel zu verraten hier zum beispiel sie konnte einfach nicht anders und nicht alles was menschen taten war logisch und korrekt vor allem dann nicht wenn sie allein waren und das war der erste moment wo ich lachen musste weil ich dachte genau so ist es da haben wir uns dann noch ausgetauscht was wir für unfug treiben wenn wir alleine sind und sehr schön hier dass jede liebe die nicht auf vernunft basiert zum scheitern verurteilt ist was so manches im leben erklären wird also definitiv eine lese empfehlung wenn auch meine erwartungshaltung sehr sehr hoch waren und deswegen wahrscheinlich gar nicht eingefallen werden konnten aber ich finde es toll dass ich es gelesen habe und wir hatten sehr viel lesespaß und ja auch der austausch mit andi war wirklich sehr gelungen ich kann jedem nur empfehlen gemeinsam bücher zu lesen und sich über das gelesene auszutauschen das macht unglaublich viel spaß und gibt einem auch einen mehrwert der geschichte weil man natürlich auch manchmal einfach aspekte sieht oder einem erzählt werden an die man selbst gar nicht gedacht hat oder darauf einfach hin gewiesen wird oder wie siehst du das und das und wir haben dann auch vermutungen angestellt wo geht es hin und in welche richtung geht es und das ja das hat man vielleicht im privaten gar nicht also ich hätte jetzt niemanden in meinem bekanntenkreis der mit mir ab bitte gelesen hat und ja booktube ist einfach toll und man trifft hier eben auch einfach menschen die gleichen bücher wie man selbst auf dem sub hat und und ja so ist dann auch direkt das nächste buch was gelesen wird auch ein buch das wieder gemeinsam gelesen wird also der juni steckt voller gemeinsamer lesen dann ein buch ja von dem ich jetzt nicht schwärmen kann ja ja a feast for crows georgia martin der vierte teil der song of ice and fire sage und ich kann dazu gar nicht viel sagen außer ich habe ein frodo déjà vu ja also es ist ja der siebte und achte teil der game of thrones reihe der das lied von eis und feuer ich glaube auch ein kampf für krähen wie heißt das deutsche ich habe keine ahnung wie die deutschen zwei bücher heißen weil ich sie auch einfach nicht kenne ja ich weiß es wirklich nicht guck mal 7 8 und nein 7 und 8 heißt auf jeden fall auch irgendwas mit krähen da hat man glaube ich sich dem englischen band angepasst ja band 1 bis 3 waren hammer genial toll wir sind hier in der high fantasy wäre ich glaube ich muss dazu gar nicht mehr so viel sagen ja der vierte teil ich finde ihn furchtbar also er ist unglaublich langweilig es ist unglaublich viel brienne also wir folgen hier brienne van tarte und wer sie in der serie noch gut findet wird sie im buch hassen sie ist zeitenlang und kapitel lang unterwegs auf der suche nach jemanden also jeder der weiß wem sie in der serie gesucht hat weiß wem sie auch im buch sucht und es ist immer das gleiche sie erzählt ihre geschichte sie erzählt die geschichte von der der sie sucht und jeder erzählt ihr hoher musst du aber eins suchen ja und jeder sagt ihr das und sie sucht und sucht und sucht und sucht schrecklich ich finde es unglaublich schrecklich also für mich sind das wirklich frodo momente ich bin also herr der ringe und frodo und ich sind keine guten freunde also frodos part fand ich noch beim ersten mal spannend beim zweiten mal okay beim dritten mal finde ich ihn furchtbar und blätter ihn weg was mir sehr leid tut da ich wenn ich ja ein senpai's ganschi fan bin und ihn dann natürlich auch verpasse aber ich weiß ja in den richtigen momenten rein zu blättern briens teil hat sich unglaublich für mich gezogen also wie gesagt ich bin so bis mittwoch glaube ich bis zur hälfte gekommen ja was daran lag weil ich auf andi gewartet habe dass wir mit abbitte loslegen können sozusagen und dann eben parallel gelesen haben ja also jetzt werdet ihr sagen hey in vier tagen die hälfte sind ja knapp 450 seiten oder so ja es war nicht ganz die hälfte glaube ich muss ich mal meinen lesemonat gucken habe ich zum teil aufgeteilt für den mai aber ja ja auch sehr merkwürdig ist wer uns in dieser geschichte etwas erzählt also wir haben nicht die bekannten verdächtigen aus deren perspektive wir sonst lesen es gibt glaube ich hier gar kein inhaltsverzeichnis dass wir von vornherein wissen wer uns erzählt ich weiß gar nicht ob hinten drin steht ich glaube auch nicht denn wir ja wir haben hier ganz unbekannte leute wir haben hier irgendjemanden der uns was aus dorne erzählt wir haben hier noch jemand viel unbekannteres der im grünen tal ist bei den ahrens wo auch peter bählisch dann im grunde auftaucht wir haben ja wir haben bran und aria also die geschichtstränge sind glaubst du die einzig spannenden auch die von sam vatali das sind die drei die ich ganz spannend und toll finde und folge und man da ganz viel mehr herauszieht als aus der serie das ist tatsächlich so finde ich unglaublich toll und ich habe schon mal ja wie ich manchmal so bin ein bisschen nach hinten geblättert und da steht dann tatsächlich also deswegen habe ich jetzt noch die schlimmsten verdächtigungen dass die tatsächlich nicht auftauchen und zwar heißt es nicht appendix wo bin ich denn ich habe das irgendwo gelesen ach hier meanwhile back on the wall also sozusagen währenddessen an der mauer und dann heißt es hier hey warte eine minute werden jetzt einige von euch sagen warte eine minute warte eine minute wo ist danni und die drachen wo ist tyrion wo ist john snow und ja ich habe die alle nicht gelesen und dann kommt die antwort sozusagen von georgia martin gut nein die kommt nicht mehr ein anderes buch ist größer als dieses und erst dort werden die geschichten erzählt das heißt ich werde diese charaktere nicht im vierten band wiederfinden und ich bin jetzt schon genervt ja was wir sind auch bei den graufreuz erzählt uns auch irgendwer seine geschichte als bei den eiseninseln ja was soll ich sagen lauter nebenstränge die eigentlich keinen interessieren ja weiß ich auch für mich nicht so viel zur geschichte beitragen und was mir ganz oft im vierten teil aufgefallen ist dass viele dinge dabei sind die uns jetzt erst in staffel 6 erzählt werden bzw in staffel 5 man sieht also dass tatsächlich die serie keine eins zu eins verfilmung war sondern also eine staffel ein buch sondern dass man ich habe den eindruck dass man jetzt in staffel 6 tatsächlich versucht vieles aufzuholen was man in staffel 4 und 5 nicht reinbekommen hat um vielleicht den autor ein bisschen zeit zu verschaffen damit er endlich sein meisterwerk den sechsten band veröffentlichen kann und ich freue mich schon drauf ja also ich das ist ja mein lese großobjekt für den juni und ich habe ja jetzt noch drei wochen und ja jede ja es heißt ja oft dass die zweiten bände einer trilogie immer so ein bisschen zaghaft sind hier scheint es der vierte band zu sein von dann im grunde ja werden es acht nein sieben sieben bücher werden es ja was soll ich sagen ich finde es wirklich ja also bran strang und aria sind toll auch samwell ist toll und wir erfahren natürlich immer mal viel hintergrund info ja ich möchte gar nicht mehr sagen ja also der vierte band und ich werden keine großen freunde und ja leider ja was waren mehr oder weniger dreieinhalb bücher fand ich für die woche nicht schlecht das schöne war tatsächlich glaube ich das wochenende und ich war diese woche leider auch oft schlaflos und hatte so meine probleme mit dem einschlafen dem entsprechen habe ich natürlich relativ lang dann auch gelesen und dann hat man halt zeit wer nicht schläft und liest hat natürlich unmengen von zeit deswegen geht es sich eigentlich an so ein bisschen vampir zu werden schlafen ja in der regel auch nicht also manche vampir haben ja am tage geschlafen der sonne aus dem weg zu gehen wenn wir uns an die bissreihe erinnern die haben ja alle gar keinen schlaf gebraucht und das hätte ich dann auch gerne also ich brauche auch keinen schlaf was brauchen vielleicht schon ich habe es heute nacht ein bisschen nachgeholt ich habe heute rettipp lang geschlafen aber man sieht wenn jemand fragt wie schaffst du so viel zu lesen schlaft nicht das funktioniert ist nicht das gesündeste aber manchmal kann man es einfach nicht ändern wenn man sich im bett hin und her wälzt macht es auch keinen sinn das stundenlang zu tun dann mache ich eben wieder licht an und lese das ist einfach so auf jeden fall hat das gemeinschaftslesen auch sehr motiviert dazu zu greifen weil es wollte keiner von uns beiden der sein der zuletzt das buch zuschlägt und ja es hat spaß gemacht also an die liebe grüße ich freue mich aufs nächste buch was wir ja heute beziehungsweise morgen anfangen werden und zwar werden wir gemeinsam wunder lesen ein buch von dem er mir zuvor geschwärmt hat wie toll das überall klingt und ich laut rezensionen auch denke ja das könnte ein buch für mich sein und dann ist endlich das buch von annika bühnemann da küss mich superstar und das werde ich denke ich jetzt heute einfach mal so ein bisschen reinlesen bei dem schlechten wetter braucht man vielleicht ein bisschen im sommerbuch und dann sehe ich schon wieder so halb 20 minuten meine güte rede ich jetzt wirklich schon so lange wir machen jetzt noch einen kurzen break und dann habe ich noch zwei kleine themen und ja dann sind wir heute auch schon dann sind wir jetzt wieder da und dann gab es diese woche etwas zu feiern und zwar 2000 abonnenten und es ging an diesen tag morgens mit lieben lieben grüßen auf vielen plattformen los egal ob es facebook war oder auch auf whatsapp hey gratulation du hast 2000 abos und ich habe es gar nicht mitgekriegt ich habe auch gar nicht so richtig gemerkt dass ich auf den weg dorthin ich war ich glaube das letzte mal dass ich es wahrgenommen habe war ich irgendwie bei 1910 und dachte naja das dauert schon noch ein weichen und schwupps waren es jetzt tatsächlich irgendwie 2000 abos und ich fand das so cool ich war so sprachlos man muss sich das ja mal vorstellen 2000 menschen die mehr oder weniger um einen herum stehen das ist schon eine ganze menge und ich möchte einfach mal danke sagen dass ihr alle da seid dass ihr unter den kommentaren euch mit mir austauscht dass der austausch auf facebook toll ist auf instagram per e mail schreiben mir viele das finde ich immer wunder wunderbar und ich mag das unglaublich gerne und ja ich bin ja ich war an dem tag wirklich sprachlos muss den ganzen moment auf diese zahl gucken ich bin eigentlich keiner der irgendwie auf abozahlen bei mir selbst oder anderen guckt das interessiert mich nicht wenn mir jemand sympathisch ist und ich die videos mag dann ist mir egal ob der 5000 abos hat oder nur 500 und so ist es bei mir eigentlich auch es war am anfang viel viel wichtiger fand ich dass man so sehen wollte wie wächst es irgendwann ich glaube bei über 1000 dachte ich naja das sind so viele menschen also müssen auch gar nicht mehr dazu kommen und jetzt sind es tatsächlich 2000 und es war wie schon ein etwas komisches gesicht komisches gefühl sich das vorzustellen dass da 2000 menschen sind also dass man so in ganzer zahl sich vorzustellen und fand ich einfach toll und es macht dann natürlich so einen kleinen motivation und man denkt sie so ach ja schön und ja also jetzt mich freut es immer noch dass es jetzt ja einfach über 2000 sind und ja ich bin da total begeistert und danke wirklich ein dass ihr da seid dass ihr euch austauscht und ja es einfach so viel spaß macht auf booktube unterwegs zu sein so viele liebe menschen kennengelernt mit denen man sich regelmäßig austauscht oder eben manchmal ein bisschen unregelmäßiger aber und dass man eben immer wieder liebe menschen kennt mit denen man irgendwie so direkt auf einer wellenlänge ist und die einen begeistern mitnehmen motivieren neue bücher vorstellen und man einfach so viele bücher und buchschätze entdeckt die man vorher hat vielleicht gar nicht entdeckt hätte wenn man nicht hier wäre und einfach auch schon in den vergangenen jahren sind jetzt ist ja glaube ich auch schon drei jahre oder vier jahre ich weiß es gar nicht mehr wie lange jetzt der kanal gibt weil da habe ich auch nicht darauf geachtet drei jahre glaube ich sind es noch was haben wir ich weiß es gerade nicht mehr und wie viele menschen man kennengelernt hat autoren welche austausch man da hat dass man auch mal so hinter die kulissen guckt und es gibt einfach so viele liebe menschen hier und ich sage jetzt einfach mal an alle danke und schön dass ihr hier seid und dann rocken wir jetzt einfach mal die 2000 und gucken wann es den nächsten meilenstein ich bin ja gerne so ein schnappszahler eigentlich also dann die 22 22 sozusagen ja ich denke da lasse ich mir dann mal was einfallen ja ich mag ja schnappszahlen wie mehr mein auto hat ja auch ein kennzeichen mit 4 8 von daher ist natürlich auch sehr schön aber ja das dauert dann natürlich nur ein stück das sind wir ein bisschen weit weg aber ja hat mich unglaublich gefreut das nächste was mich sehr gefreut hat ist dass wir einen leseclub gegründet haben auf facebook und leseclub klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig aber es trifft einfach auf den punkt und zwar haben die liebe alicia von all about alice und der liebe phil wir haben uns entschlossen im juni gemeinsam eleanor und park zu lesen und das steht auch günstigerweise hier ich habe mir das in gebrauchter englischer form gekauft und habe glaube ich bei phil gesehen dass es auch bei ihm eingezogen ist und habe dann ihnen einfach über die kommentare geschrieben hey lesen wir es im juni zusammen und ellis hat dann auch drunter geschrieben oh sie hat auch noch auf dem sub vielleicht motiviert sie das jetzt zu lesen und das werden wir ab nächster woche lesen das ist ja dann der 19 glaube ich oder in zwei nein in zwei wochen sogar erst lesen in zwei wochen ich bin gerade verwirrt was haben wir heute den fünften den vierten wo bin ich ich sehe meinen kalender nicht ja den vierten und ab 19 lesen wir eben zusammen eleanor und park da ganz viele bei mir bei den neuzugängen beziehungsweise in meinem want to read video dieser woche geschrieben haben hey sie würden auch gerne mitlesen und auch bei phil sich einige gemeldet haben haben wir eine facebook gruppe gegründet die sich jetzt einfach erstmal leseclub ich glaube juni eleanor und park nennt und ja das sind schon einige mit eingezogen ich packe euch die gruppe mein die infobox wer lust hat da einfach mal vorbeizugucken und auf facebook ist kann da einfach ja im grunde mitglied sozusagen werden kostet auch nichts das ist keine teure mitgliedschaft und ja wir haben jetzt im juni für dieses buch entschieden und jeder der das auch mitlesen möchte wir haben schon leser abschnitte eingeteilt für jeden tag ich glaube so knapp 50 seiten waren es gewesen es ist natürlich kein muss wenn einer mal nur 40 seiten schafft oder gleich 60 seiten liest wird er auch nicht gesteinigt deswegen deshalb nur damit man sich nicht gegenseitig eigentlich spoilert wenn man an dem tag darüber spricht dass man dann alle im grunde auf dem gleichen stand ist und ja so werden wir jetzt im juni eleanor und park lesen und wir stellen uns dann eben vor dass wir uns dann eben jeder immer mal jeden monat also abwechselnd alle drei dann eben einfach mal ein buch aus unserem sup herauspicken also das ist eigentlich so unser gedanke dass wir unseren sup abbauen wollen wir wollen nicht gemeinsam neu zu gänge lesen sondern eben sub bücher verschiedenste genres was jeder von uns eben einfach gern liest und dann vielleicht sich so zwei drei bücher auswählt die zur umfrage stellt und dann wo eben das meiste buch im grunde gewählt wurde dass man das eben dann wieder mit der gruppe liest und es kann natürlich sein dass wir drei daneben nicht immer dabei sind bei die also einer von uns dreien dann eben nicht dabei ist weil wenn ich das buch gerade nicht so super beziehungsweise es mich nicht anspricht ob ich es dann kaufen würde wäre jetzt mal dahingestellt die sache ist natürlich die wenn das ein älteres buch ist was mich schon lange interessiert auf der wunschliste steht dann kann man es natürlich immer noch gebraucht kaufen was ja wiederum vom preis her dann nicht das ist wie wenn ich ein neuzugänge buch mir zulegen würde und wo man dann eben sagt dann baue ich eben auch die wunschliste ab also ich finde nicht nur sub abbau irgendwie toll ich finde auch wunschlisten abbau toll baut sich natürlich so viel auf aber man kann nicht alles haben im leben und das heißt ja so schön hat glaube ich abraham lincoln gesagt ein mensch der keine laster hat hat auch keine tugenden und deswegen habe ich als laster dann eben meine meine bücher und ich finde das ist eigentlich schlecht irgendwas muss ja der mensch haben ich rauche nicht ich trinke nicht drogen nehme ich auch keine und ja von daher sind halt einfach bücher so ist das leben und ja und so haben wir uns in etwa irgendwie diesen leseclub vorgestellt es ist alles relativ locker und spontan von uns so besprochen worden und die beiden sind auch ganz liebe menschen und ich wie gesagt finde linke alles in die infobox und ich freue mich auf elea norm park eben das auch in der gemeinschaft zu lesen bin sehr gespannt wie gut das in der facebook gruppe funktioniert wie wir da unsere leseabschnitte miteinander teilen und wer welchen eindruck hat und ich finde das wirklich spannend und interessant und wie gesagt wenn ihr gerade aktuell vielleicht elea nur und park auf dem sub habt dann guckt einfach mal vorbei und wenn ihr grundsätzlich sagt hey ich möchte da einfach vielleicht in zukunft dabei sein dann guckt einfach in die gruppe steigt mit ein und dann werdet ihr da im grunde sehen was wird im juli gelesen was im august und so weiter und seid da einfach bei diesem kleinen projekt so ein bisschen mit dabei so ich glaube jetzt habe ich definitiv genug geredet von dieser woche natürlich gab es game of thrones es gab auch unseren tollen hangout zur sechsten folge die ich sehr toll fand die endlich mal wieder meinem high fantasy vorstellungen entsprochen hat und ich packe euch den hangout den wir bei ja bei der lisa hatten ex liebes lisa meine güne jetzt ist der nahe schon weg da waren wir diese woche und ich weiß jetzt leider gar nicht wo wir nächsten dienstag 20 30 sein werdet aber folgt mir einfach auf facebook und instagram da werde ich auf jeden fall wieder posten wo wir uns dienstag treffen es ist auf jeden dann gehen wir wieder dienstag 20 uhr 30 und da werden wir dann eben über die siebte folge sprechen und dann sind es tatsächlich nur noch vier folgen bis es schon wieder rum ist meine güne wie die zeit vergeht ja ja wahnsinn dann sind zehn folgen schon wieder vorbei aber wir sind ja mittendrin sozusagen und ihr findet ja alles in der infobox und es ist nach wie vor ich glaube wirklich mit die geilste serie die es gibt und die einen zum nachdenken anregt und die einen mitnimmt die mich persönlich auch in die träume verfolgt und sowohl positiv wie negativ und ja ich einfach liebe und ja finde ich einfach ganz ganz toll und ja jetzt glaube ich genug gesagt für heute ich hoffe ihr hattet spaß mit der bücher woche die jetzt doch ein bisschen länger ausgefallen ist aber bei dreieinhalb büchern da muss man natürlich sich ein bisschen zeit nehmen ich hoffe euch hat es gefallen schreibt mir gerne so ein bisschen eure meinung vielleicht zu den büchern wenn ihr sie schon kennt in die kommentare oder ja wenn ihr einfach sagt was ihr vielleicht demnächst als nächstes lesen wollt immer her mit den infos würde ich mich auf jeden fall freuen schaut auch mal bei den vielen anderen kanälen vorbei die ich euch verlinkt habe sie sind auf jeden fall einen klick wert und ja ich danke euch nun fürs zusehen wünsche euch noch einen tag wünsche euch noch einen schönen tag einen schönen abend meine güne zu viele buchstaben auf einmal und ja lasst euch gut gehen und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten video tschüss eure steffi